Deutschlandfunk, Kalenderblatt. 17. September 1963. Heute vor 60 Jahren starb der Pädagoge und Philosoph Eduard Spranger. Ein Beitrag von Doris Arp. Wehe dem Menschen, der nirgends wurzelt. Schrieb der Pädagoge und Kulturphilosoph Eduard Spranger wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg über den Bildungswert von Heimat. Sie klärt den Menschen über seine Stellung im Ganzen der lebendigen Kräfte auf. Heimat war damals emotional aufgeladen. Patrioten, Nationalisten, Nazis, allen diente sie als Kampfbegriff. Für den christlich geprägten, deutschnationalen Pädagogen Spranger aber war Heimat Weltstruktur, Ordnung, ein sicherer Hafen, erste und letzte Instanz des Lebens. In seiner Zeit hatte er wirklich große Bedeutung. Sagt der Bildungshistoriker Heinz-Elmar Tennort. Schon als sehr junger Universitätsprofessor wurde Spranger 1911 nach Leipzig berufen. Wenig später erhielt er den ersten Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik in seiner Heimatstadt Berlin und gehörte zu den bedeutenden Begründern einer geisteswissenschaftlichen Pädagogik. Er hatte unglaublich enge und gute Kontakte in das preußische Kultusministerium und in die Politik in Preußen. Schon während des Ersten Weltkriegs galt er da als Berater und hat diese prominente Rolle eines politisch-pädagogischen Mentors der Nation, die man ihm zugeschrieben hat, ganz energisch wahrgenommen. Eduard Spranger wollte immer wissenschaftlich denken und praktisch wirken. Es gehört zu seinen Verdiensten, dass Pädagogik als wissenschaftliches Fach in die Universität integriert wurde. Er reformierte die Lehrerbildung, befürwortete die Hochschule für Frauen, trieb die Berufsbildung voran, verfasste kulturtheoretische Schriften und entwickelte eine philosophische Pädagogik. Über die Fülle der Einzelheiten haben wir die Einheit des zusammenhaltenden Gesichtspunktes verloren, dass das Leben ein organisches Ganzes von Beziehungen ist. Den einzelnen Spranger fest eingebunden im System von Familie, Beruf, Nation und Staat. Er hatte genau diese alten hegelianischen Ideen, den Staat als die Verkörperung der Idee des Guten zu sehen und die Nation als den Ort, den dieser Staat hat. Diese Ideale wurden dem konservativen preußischen Universitätsgelehrten zum realpolitischen Dilemma. Ich verstehe die Welt nicht mehr, schrieb er 1933 an eine Freundin. Empört war der Gelehrte vor allem über die rüpelige Form der nationalsozialistischen deutschen Studentenschaft und er fürchtete um die Autonomie der Hochschule. Aber das alles konnte er nahtlos verbinden mit einer Unterstützung des NS-Staates. Er stößt da an die Grenzen seines konservativen Welt- und Politikbildes und ist einer der eindeutigen öffentlichen Befürworter des NS-Staates geworden. Eduard Spranger behielt immer seinen Lehrstuhl, verlor aber an politischer Bedeutung. Er war Mitglied der Mittwochsgesellschaft, einem gelehrten Zirkel, der von den Nationalsozialisten 1944 aufgelöst wurde. 1933 war Spranger in den Kampfbund Stahlhelm eingetreten, Mitglied der NSDAP war er nicht. Das half ihm nach 1945 beim Übergang in die neue Welt. Mit der Unterstützung von Theodor Heuss, dem späteren ersten Bundespräsidenten, ging Spranger 1946 an die Universität Tübingen. Seine deutschnationale christliche Haltung passte in die Adenauerzeit. So hielt er etwa 1951 die Festrede zum zweiten Jahrestag der Bundesrepublik. Es sei ein Fest des Anfangs, sagte Spranger und sprach dann, wie in den 1920er Jahren, von Heimat, Nation, Verantwortung. Wer eine wertvolle Jugend haben will, gebe ihr eine sittlich gute Erziehung. Für das bürgerliche Publikum war Spranger der anerkannte politische Philosoph, galt als der unbefragte große Denker der Nation, eines gesunden, richtigen Bewusstseins von Gesellschaft, Staat und Nation. Nicht unbedingt der Demokratie, aber das wurde in der Schärfe damals auch als Frage gar nicht gestellt. An seine Gelehrtenbrust wurden die höchsten Auszeichnungen von Staat und Wissenschaft geheftet. Als er am 17. September 1963 starb, war er unangefochten. Erst Jahrzehnte später, als Erziehungswissenschaftler die NS-Vergangenheit ihres eigenen Faches untersuchten, bekam Eduard Sprangers Gelehrtensockel einige Risse.